So, das soll es ja so sein. Die legendäre Höhle der Zeit. Ja, das ist ein bisschen düster. Ah. Drei Jahre hin, wenn ich diese Karte... ...dann ist der Schatz zum Greifen nach. Stopp, 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 stopp. Du? Dachtest du echt, wir könntest mitten in der Nacht mit der Karte abbauen, ohne dass du was merken? Ich hatte es gehofft, dass du die Wunderschaft verraten hast, war ein Fehler. Was du mich verraten hast, wird dein letzter sein. Was hast du jetzt vor? Willst du mich umbringen? Du weißt, was der Kodex sagt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Wie hast du mich noch gefunden? Darfst du echt nicht billige Dreitrimesser von Sandspuren lesen umsonst? Ändest du denn, wenn dein Mal lieber mit dem Kempf anerwartet? Mit dem Stock zu kämpfen, ist ja auch einfach. Ist das so? Dann sag mir, mein Freund, in wie vielen Stocken hast du mich jemals besiegt? Richtig, in gar keinen. Hey, 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 hey. Wird niemals einen unbewaffneten Dieb, oder? Ich hasse den scheiß Kodex. Na dann, bewaffne ich. Er wollte den Schatz doch zusammenklauen. Du wolltest immer nur diesen Dolch haben. Na ja, deine Freundin hatte ich auch schon. Ja, das ist so. Oh, 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 oh. Weck ist niemals den Kodex, Bruder. Ach, scheiß auf den Kodex. Verräter wie du haben keine Anrechte auf den Kodex. Deine Fokstelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Doch, doch, du hast sie noch nie erlernt. Wiese Schlange! Hörst du mir einfach ein bisschen helfen noch? Nur um dir selber den Schatz zu holen. Hey, 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 du vergisst hier, wer dir wen verlaufen hat. Warum bist du mit der Karte abgehauen? Ganz einfach, du kannst es ja eh nicht lesen. Oder ein ewiges Geschwafel von rüdern Geistern und eben kodex der Liebe, den wir saßen von eurem Geist. Du hast schwach angefangen und wie immer stark nachgelassen. Nachgelassen! Jawohl, nachgelassen! Mein Freund, eine Sache würde mich jetzt aber interessieren. Okay. Warum sind wir über drei Jahre hinter diesem verdammten Deutsch her? Ja, das ist ein wichtiges Familienherbstück. Ein Familienherbstück. Ja, ja. Nichts weiter? Nein. Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Glaub doch, was du willst! Mein Freund, du bist zu langsam. Zu langsam? Jawohl! Was ist denn? Was hat es mit deinem Familienherbstück auf sich, hä? Nichts. Gar nichts? Nein, nur schön. Ja, aber wirklich schön. Na, wie ich. Vielleicht wechselt ihr ja heute die Familie. Oder auch nicht. Oh, du bist so langsam. Ja, du bist immer noch zu langsam. Immer noch! Du hast den Deutsch! Ja, wie schon. Und du hast ihn benutzt? Wie benutzt? Hast du oben drauf gedrückt? So? Hast du oben drauf gedrückt? Ach so? Hast du oben drauf gedrückt? Das gefällt mir. Hast du oben drauf gedrückt? Ja. Ja. Du bist nämlich jetzt ja. Aber du hast es schon. Wenn man ihn fünfmal benutzt hat, dann ist ja alle. Darfst du das nicht früher sagen? Warte mal. Du hast ihn fünfmal benutzt? Ich bin immer noch im Leben. Einmal warst du tot. Echt? Nein. Na ja. Ja. Der Deutsch ist total wertlos ohne den Sand der Zeit. Also mach du ruhig nur was für den Sand der Zeit. Ey, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen? Echt? Schatzkarte hat er etwas Kleingedrucktes? Dann wirst du mir jetzt sagen, um dieser Sand zu dem Test. Und jetzt! Ah! Ah! Wuh! Ah! Wir haben eine Leiche. Ja. Ja, das lässt sich einrichten. Ah! Ah! Herr Liebel hat schon immer eine Schande. Bis gleich hat meine Mutter immer mich gesagt. Ah! Lass doch meine Mutter aus dem Spiel! Welch Einfallzeichen, aber eine Ausführung arbeiten wir noch. Auszeichen! Das muss sich mal lange dauern, was? Das kennt die Frauenwelt von dir, ja. Oh shit! Au! Lass mich los! Es knackt mehr! Du Sonne, ich vergaß! Du heutiger Hund! Hey! Was ist das? Ohne dich wäre alles so viel einfacher gewesen. Ich hätte von Anfang an nicht vertrauen dürfen. Ja, nachher hat man es meistens vorher gewusst. Ja! 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 Du, hast du noch alles? Nein, nicht! Nicht schlecht! Du, aber auch nicht! Ah, du bist Kerl! Das will in deinem Klima auch fischen! Wie sieht anders aus? Eins muss man gelassen! Dann fällt der Ausschuss mal an ihm überlegen! Eins zu Null! Warum habe ich dich nicht gleich getötet, als ich die Gelegenheit das hatte? Wahrscheinlich, weil du einfach nicht die Eier dazu hattest! Das ist nur so Zeug! Nein! Du bist sauber, richtig! Bin ich das? Ja, bist du! Aber eines habe ich dir nie gesagt! Was denn? Weißt du, was ich nicht kann? Kämpfen! Spalieren! Spalieren! Ah, du... Hab dich! Alter, schacke an! Ach! Du denkst, du hast es geschafft! Geht's doch aus, oder? Ach! Ich hab immer noch mein Ass im Ärmel! Ich denkst nicht mein Ärmel! Du weißt, was ich meine! Ich hab noch einen! Oh nee! Aber eine Sache habe ich dir nie gesagt! Ja! Ja! Weißt du, was ich kann? Äh, kämpfen! Verlieren! Oh, du hackest noch einen! Ja, ich hatte noch einen! Hey! Aber weißt du, was du nicht zurückspulen kannst? Was? Dass ich Vater werde! Das sind meine Freundinnen! Stimmt! Aber du! boah!